Hallo zusammen, ich bin der Vasco, das ist Beysa und wir arbeiten dem Antler als Kunststofftechnologen da bei MedMix und wir zeigen euch unseren Alltag. Eine der Hauptaufgaben ist die Spritzgussmaschine umzubauen. Dabei muss die Kunststofftechnologin das Gusswerkzeug Farbgranulat und Kunststoffgranulat vorbereiten. Mit den Maschineneinstellungen können wir die Teilqualität beeinflussen. In der heutigen Welt ist Kunststoff nicht mehr wegzudenken, wie zum Beispiel Autoindustrie, Medizinaltechnik, Handys und vieles mehr. Wenn die Chemie, Physik interessiert und du handwerklich geschickt bist, ist Kunststofftechnolog der richtige Prof für dich. Am Beruf gefällt mir sehr das Handwerkliche, dass ich sehr viele Bereiche der Firma kennenlerne und wir als Team zusammen arbeiten können. Die Prüfung der Teile ist ein sehr wichtiger Punkt in unserem Beruf. Wir wollen Teile sehr genau aufs Maßprüfen. Wir haben dazu die richtigen Prüfmittel zur Verfügung, wie zum Beispiel Mikroskop, Prüflehrer, Messschieber und lernen die richtig zum Nutzen. Wenn wir dieses Interesse weg weg, dann komm doch gerne zu uns und schnuppern. Wir freuen uns auf dich!